Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Krypto-News. Heute wieder ein Update zu Shiba Inu, zu dem ehemaligen Meme-Coin, der ja schon seit einiger Zeit aus dem Meme-Dasein erwacht ist. Es ist nicht mehr ein Spaß-Coin, er hat Anwendungsfälle, Anwendungsmöglichkeiten, wird teilweise als Zahlungsmittel akzeptiert. Ist jetzt ein Begriff, eine eigene Blockchain zu entwickeln, Beta-Version ist auf dem Markt. Metaverse und verschiedene Play-to-Earn-Spiele, NFTs. Also da sind einige Anwendungsfälle, die dieser Coin zu bieten hat. Aber in letzter Zeit, ja, kurstechnisch sehr, sehr nach unten gedrückt worden. Und wir schauen uns mal an, woran das liegen mag, weil eigentlich gibt es recht viele Good News. Aber ich denke, dieser Gesamtmarkt momentan, dieser Gesamt-Krypto-Markt ist momentan sehr anfällig und dadurch hat es natürlich auch solche Coins wie Shiba Inu mit nach unten gezogen. Ähm, es sind auch sehr viele Meme-Coins auf den Markt gekommen, die letzten Monate, beziehungsweise Wochen und Monate. Äh, Pepe-Coin, Bob-Coin und Spongebob und was weiß ich, wie sie alle heißen. Und, äh, einige haben doch auch, ähm, ja, umgeschichtet von Shiba Inu auf andere Meme-Coins, um dann irgendwo schnelles Geld zu machen. Das ist sicherlich ein Grund. Es gibt natürlich auch andere Gründe, wie das, ähm, ja, manche vielleicht sagen, okay, es ist jetzt kein Meme-Coin mehr. Er hat jetzt Anwendungsfälle und ist jetzt zu vergleichen, natürlich mit anderen Coins. Und wenn man dann mit anderen Coins vergleicht, dann hat, ähm, Shiba Inu doch eine sehr, sehr hohe Marktkapitalisierung. Und, ähm, bietet dafür relativ wenig, im Gegensatz zu manchen anderen Coins, die halt eine geringere Marktkapitalisierung haben. Shiba Inu sehe ich so als Kombination zwischen Meme-Coin und, ähm, ja, und, ja, Anwendungs-Coin quasi, mit dem man was machen kann. Also es ist so ein Zwischending noch, meiner Meinung nach, und, ähm, er wird aber immer mehr zu diesen, ähm, immer mehr Use-Case-Cases quasi entwickeln. Und, äh, dadurch, äh, immer mehr aus dem Meme-Dasein rausgehen und immer mehr in die Anwendungsfälle kommen. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Es, äh, entstehen neue Kooperationen, wie hier zum Beispiel diese Kooperation mit Now Payments. Now Payments bewirbt sich als Shibarium-Partner. Äh, Now Payments, das ist ein Unternehmen, ähm, die sozusagen, das ist eine Kryptowährungszahlungs-Gateway. Das Unternehmen ermöglicht Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und andere Münzen auf ihrer Website zu akzeptieren. Und, ähm, da ist jetzt auch Shiba Inu mit dabei. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kooperation, ein, äh, Good News, meiner Meinung nach. Und, ähm, sollte auch auf Dauer, äh, auf jeden Fall den Kurs unterstützen, positiv beeinflussen. Dann haben wir hier die Shiba Inu Update steht jetzt bevor. Und zwar dieses Update von der, äh, der Blockchain der neuen. Und das wird auf jeden Fall auch positiv zu bewerten sein. Ja, also wir haben im Prinzip ja hier diese, dieses Shibarium, diese neue Blockchain, die da an den Markt gegangen ist, beziehungsweise die Beta-Version davon. Und da gibt es wohl jetzt ein Update dafür. Und, äh, da müsste normalerweise auch der Coin reagieren, wenn dieses Update dann auf den Markt kommt. Das ist halt, äh, verbessert. Es gibt manche Dinge, die dann implementiert werden können auf der Blockchain, wie zum Beispiel Smart Contracts. Ähm, das sind, äh, Dinge, die dann natürlich zu einem höheren Use Case dann auch führen. Und, äh, das ist natürlich auch als positive, positiv zu bewerten auf jeden Fall. Und, äh, wird natürlich dann auch dementsprechend, ähm, ja mehr, äh, Token auch verbrennen, ähm, dann, wenn das Shibarium richtig an den Markt geht. Auf jeden Fall, dieses Update ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver, ähm, eine positive News auf jeden Fall. Und, ähm, wird sich sicherlich dann auch irgendwann mal in dem Kurs äußern. Momentan, wie gesagt, ist der Kurs auf, ja, auf Rückzug. Und, ähm, da schauen wir uns jetzt auch gleich mal den Chart dazu an. Und zwar, wie ihr seht, ja, also sieht nicht gerade so toll aus, muss man sagen. Wir sind gerade bei, ich aktualisiere gerade mal hier, 0,00000087. Wir haben mittlerweile wieder 5 Nullen, wir hatten hier auch schon 4 Nullen und sind jetzt quasi übergegangen wieder zu 5 Nullen, 1 Null wieder dazugekommen. Natürlich sehr unerfreulich, muss man schon sagen. Aber, es ist noch nicht alle Tage Abend, wie man so schön sagt. Und wir sehen hier am RSI von 20, dass der Coin hier wirklich stark, stark überverkauft ist. Und eigentlich demnächst hier mal, äh, ja, eine, eine Gegenreaktion kommen müsste. Wir sehen hier wirklich ein sehr geringes Volumen auch, ein sehr geringes Handelsvolumen hier in diesem Bereich. Man sieht auch irgendwo im Prinzip, dass da gar nicht so großartige, ja, Kursbewegungen eigentlich da sind. Der geht immer mal einen rutschartig nach unten, dann geht es hier nach unten. Also, es ist im Prinzip eigentlich fast so ein kleiner Barcode, wenn man sich den jetzt anschauen würde, als Kerzenchart. Also, da passiert nicht viel. Es ist, ähm, geringes Volumen momentan wird da wirklich, ähm, aber es wird halt natürlich auch nicht großartig verkauft. Aber es, ähm, passiert einfach nichts. Es, ähm, man, man wartet einfach auf News, man wartet auf irgendeinen neuen News Case. Man wartet auf, ja, auf, wie gesagt, auf Neuigkeiten, die dann den Kurs beflügeln könnten. Also, ich denke mal, dass hier bald eine technische Gegenreaktion folgen könnte, weil wir RSI von 20, ähm, ja, das wird über kurz oder lang oder kurz oder mittelfristig, kurz oder lang würde ich jetzt nicht sagen, kurz bis mittelfristig hier auf jeden Fall, ähm, ja, mal drehen, zumindest eine technische Gegenreaktion geben. Das muss einfach sein, weil, äh, wie gesagt, dass der Kurs hier schon sehr, ja, ausgemärgelt ist, quasi ausgebombt ist. Und deshalb denke ich mir, wird hier demnächst eine Gegenreaktion, ähm, erfolgen. Natürlich keine Handlungsempfehlung von mir, aber, äh, das sieht halt charttechnisch auf jeden Fall so aus. Wir haben hier zwar ein Verkaufssignal generiert, das war natürlich nicht so ganz so toll. Da hat die 20-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie von oben nach unten durchstoßen. Das heißt, hier ist ein Verkaufssignal generiert worden. Da hat der Kurs auch nochmal ein paar Schübe nach unten genommen. Ähm, aber, wie ihr hier auch seht, der letzte Schub nach unten war recht klein. Wir sind am unteren Bollinger-Band. Und ich kann mir vorstellen, wirklich, dass RSI von 20, ähm, ja, das deutet schon darauf hin, dass jetzt bald mal eine Gegenreaktion folgen könnte und wahrscheinlich auch wird. Gut, ähm, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus zum Update von Shiba Inu. Und, ähm, falls ihr mehr davon hören wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Shiba Inu, von anderen Coins und auch von Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss! ... ...